Das beste Gaming-Setup Deutschlands. Gewinne Preisgelder und vieles mehr. Du bist interessiert? Dann bleib dran und erfahre, wie dein Gaming-Setup zum Besten in ganz Deutschland werden kann. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu diesem neuen Video und zu einem neuen Format auf meinem Kanal. Wir werden das beste Gaming-Setup in ganz Deutschland raussuchen. Und das Ganze wird so funktionieren, du kannst in diesem Format ein Preiskeld gewinnen. Und zwar der Gewinner dieser ganzen Staffel gewinnt ein großes Preiskeld. Und zwar werde ich alle Einnahmen, die diese Videos von dieser Staffel vom besten Gaming-Setup Deutschlands, diese Einnahmen, die generiert werden durch die Videos, werde ich in einen Pott packen. Dann zusätzlich werde ich noch 50 Euro in diesen Pott dazu packen. Und dann kannst du für dich selber entscheiden, ob ich dir einfach coole LED-Gadgets in diesem Preisgeld sozusagen zuschicken soll. Oder ob du das ganze Geld einfach nochmal zum Verbessern von deinem Gaming-Setup auf dein Konto haben willst. In verschiedenen Möglichkeiten ist alles drinnen. Also sozusagen, das Preisgeld wird ausgezahlt mit 50 Euro von mir. Und dann nochmal alle Einnahmen, die diese Videos in dieser Staffel generieren. Du bist jetzt hoffentlich schon ein bisschen interessierter als davor. Und zwar machen wir jetzt halt mal weiter mit dem ganzen Ablauf dieser Serie. Und zwar jetzt halt hier ist ein Link in der Beschreibung drinnen. Dort kannst du dein Gaming-Setup wie gesagt einschicken. Und ganz, ganz wichtig, ich werde es immer so machen, wir werden soweit wir genug Setups haben, werde ich die instant in ein neues Video packen. Dieses Video wird dann auf meinem YouTube-Kanal hochgeladen, auf meinem TikTok-Account und auf meinem Instagram-Account. Und jetzt kommt's. Ihr könnt in den Kommentaren, habt ihr eine Stimme für das beste Gaming-Setup in diesem ganzen Video. Also sagen wir mal, es sind fünf Gaming-Setups in einem Video. Dann könnt ihr zwischen 1, 2, 3, 4, 5 in den Kommentaren einfach hinschreiben, welches Gaming-Setup ihr am besten findet. Einfach einen Kommentar. Ich finde das Gaming-Setup 2 am besten. Mir gefällt hier einfach alles besser als bei den anderen. Dann schreibst du das Ganze in die Kommentare rein. Und dann wird nach einer Woche, nachdem dieses Video online ist, Freunde, werden die Kommentare ausgezählt von TikTok, Instagram und YouTube, Freunde, das sind drei Stück, also drei Plattformen, werden die Stimmen zusammengezählt von jedem Gaming-Setup. Und das Setup, was dann plattformübergreifend die meisten Stimmen hat, kommt dann sozusagen aus diesem Video ins Finale. Es schafft immer nur ein Setup aus einem Video das Ganze ins Finale. Es werden wahrscheinlich so fünf, sechs, sieben Parts maximal, vielleicht auch nur zwei oder drei. Schauen wir dann am Ende des Tages mal. Das kommt natürlich ganz darauf an, wie viele Gaming-Setups ihr einschickt. Ihr könnt während dieser ganzen Staffel eure Gaming-Setups einschicken. Und sobald wir genug Finalisten zusammen haben, wird es ein großes Finale geben, wo ihr dann wieder plattformübergreifend einen einzigen Kommentar natürlich auch nur absetzen könnt. Also, Freunde, ihr könnt nicht fünfmal kommentieren, sondern jeder hat eine Stimme und zwar in den Kommentaren. Aber ihr könnt natürlich auf TikTok, Instagram und YouTube, alles drum und dran, natürlich eine Stimme abgeben. Aber ihr könnt nicht auf einer Plattform mehrere Stimmen abgeben. Und dann haben wir aus jeder Folge einen Gewinner. Dieser wird dann im Finale gegen die anderen antreten. Da könnt ihr dann wieder abstimmen. Dann werden die ganzen Stimmen wieder zusammengezählt. Und dann am Ende des Tages kommt ein Video, wer dieses Format und das große Preisgeld gewonnen hat. Und wer videoübergreifend in dieser kompletten Staffel das krasseste Gaming-Setup hatte. Dein Gaming-Setup im Link in der Videobeschreibung. Einfach einsendes im Querformat. Ganz, ganz wichtig. Gute Qualität und im Querformat, damit das Ganze hier auf YouTube auch natürlich funktioniert. Ihr könnt natürlich noch Hochkantbilder und sowas dazu packen. Aber Querformat ist super, super wichtig und gute Qualität. Ich hoffe auf jeden Fall, das Ganze kam gut rüber. Ich werde natürlich in den Kommentaren noch einmal strukturiert reinschreiben, wie das Ganze natürlich funktioniert. Internetablauf etc. Aber es ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig. In der Beschreibung ein Link. Dort einfach dein Gaming-Setup einsenden. Und dann bist du auf jeden Fall in diesem Format dabei. Und hast die Möglichkeit, eventuell mehr als 50 Euro. Keine Ahnung, lass die Videos durch die Decke gehen. Keine Ahnung, die machen 20.000 Aufrufe. Dann kriegen wir da locker pro Video nochmal 40 Euro obendrauf. Natürlich, wenn es dann weniger sind. Womit ich natürlich auch rechne. Daher ist das Preisgeld auf jeden Fall schon mal mit 50 Euro gesichert. Also mitmachen lohnt sich. Checkt den Link in der Videobeschreibung ab. Und jetzt noch einen wunderschönen Tag. Sobald wir genug Setups haben, kommt auch die erste Folge von dieser Staffel von besten Gaming-Setups Deutschlands online. Hau dir rein und ciao! Also, es geht